Keine Störung, ne? Jetzt ein bissel. Super, kurze Störungen. Jawoll. In die Richtung hat er mehr ein wenig grieselt, ne? Hast du schon mal so ein Firmware-Update gemacht für den Copter? Nein. Echt? Und, wie ist er? Freier Fall, ne? Jetzt bist du auf dem Horizontalen. Ja. 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 Von unten kommt der Auto. Das ist so. Ich bin fast nicht runter. Hohoho. Extrem.